Ich komme, ich komme, ich komme. Da bist du zu viele hier draußen. Wie sollen wir da vorbeikommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Redet auf. Das sind zu viele Tests. Oh Mann. Oh Mist. Sie sind hier bei uns. Versuch sie abzulenken. Okay. Da sind mehr Lichter. Mist. Oh no. Oh no. Oh no. Bis zum nächsten Mal. Okay. Missed. Hey, hast du was gehört? Aufpassen. Hier durch, na los. Werden wir uns weiter verfolgen? Wir wollten zumindest nicht hier warten. Bleib unten. Bleib schnell. Das war verdammt knapp, Tess. Ich hoffe, du bist es wert, Kleine. Tess, hast du eine Ahnung, wo lang? Es wirkt so anders. Warte mal. Mal sehen, wo es hinführt. Ja, sieht gut aus. Bleib hier. Wenigstens regnet es hier nicht. Wie sieht es aus? Hier müssten wir durchpassen. Missed, Missed. Nur mehr Soldaten. Das Spiel läuft noch frei herum. Verfolgung abbrechen und sich für echte nicht erstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Vorsteunen. Bleib im Dunkeln. Okay. Ist es sicher? Nein. Sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Sieh nach, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Na klar, Boss. Les, hier lang, durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib nicht dran, Annie. Okay. 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 Oh, 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 oh. Warte, warte. Gewollt. Dali, die Rufe ist zurück. Zurück zum Weich. Ihr habt gehört. Auflagen, los. Weiter. Okay, sie sind weg. So. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, Tess. Und das, das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann. Ich wollte das hier nicht. Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Es ist, wenn es stimmt. Ich glaube, so ein... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Und damit geht es jetzt weiter. Ich hatte jetzt die ganze Zeit, glaube ich, mich auch gestummt. Gab's. Genau. Wir gehen jetzt zum Rathaus. Wir sind jetzt wieder in einer weiteren Folge. Und ich muss jetzt kurz mal sagen, ich musste wieder den Spielstand nachstellen. Ja. Musste ich. Beziehungsweise, ähm, ich war schon etwas weiter, nur, ähm, irgendwie hat er bei mir nicht aufgenommen und deswegen musste ich jetzt nochmal neu aufnehmen und das war ich noch gemutet und... Nee, nee, nee. Ich mach das jetzt, ich mach das jetzt weiter. Jetzt waren das ja nur drei Minuten oder sowas. Und ich hab den Untertitel zum Laufen bekommen. Alter. Ja, was war das jetzt? Ja, ich hörst du das. Ja, klang aber als wär's weit weg. Sind wir sicher? Boah, ja. Na los. Alter. Ja. Ich hab das jetzt ein bisschen nachgestellt, das hat circa 10 Minuten gedauert. Also Kapitel einfach geladen und dann, äh, ein bisschen schnell dahingespielt, wo wir jetzt da waren, nach diesem Tor, wo wir das aufgemacht haben. Und, ja. Jetzt sind wir hier und hier war ich ja schon. Hab ich ja 40 Minuten aufgenommen. Aber es ist ja nicht viel passiert, ich bin ja den ganzen Tag gestorben. Aber na ja. Und hab natürlich rumprobiert und jetzt muss ich die Scheiße wieder machen. Ach, ach man, ach man. Er wurde zack. Ja. Die Leiche ist noch frisch. Ja, oder? Trödeln wir nicht dran. So. Noch einer. Mist. Mal ein Brief. Fällt ein Satz-Protokoll. Lesen. M-254E. 18 Uhr 8. Angekommen Punkt 2438a. Negativer Kontakt bei LZ. Bewege Patrouille nach Westen Richtung Zentrum. 21 Uhr. Negativer Kontakt. 22 Uhr 18. Scheiß. Negativer Kontakt. 23 Uhr 12. Soldat. Als Worter meldet sich Kontakt. Geräuschkontakt. 2 Stadion. 2 Stadion bei eingestürzten Bürogebäude unterwegs für Untersuchungen. 23 Uhr 40. Mehrere infizierte Kontakte. Soldaten. Edwander. Edwander. Schock. Litzsch. Vermisst. Angriff in Gebäude. Inneren. Aufgehalten. Erwartung. Evakuierung. Verstärkung. Okay. So, ist das hier oben? Ja, voll. Okay. So. Clickbaits. Ist das hier? Ist das hier? Ja. Okay. Alter. Gebäude schlussgleich ein oder was? Alter So Ja Komm mal auf Das ist so ein bisschen Speedrun hier muss man sagen eher gesagt aber ich mach das jetzt einfach hier Puh So zum anfertigen Was haben wir noch? Die Fakten Ja Dann heben wir uns Das haben wir eh schon So und natürlich wieder durchsuchen Hier haben wir wieder was Habe ich schon Aber danke Weil das haben wir jetzt an oder? Ah ne wir können das jetzt Hier uns zusammen craften Und das könnten wir gut gebrauchen So So Dann haben wir alles Gehen wir hier weiter Da oben Da oben Ja Da weiter geht Ja 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 Ich muss noch so... so jetzt müssen wir hier einen kleinen hier austrick so ein bisschen zu gefahr wieso geht die kleine jetzt vor das wäre nicht so eine gute idee wir kommen sehr alter ja die merken dass die ich merke aber wenn ich da bin ja dann genau gut bitte die damen ok komm gut jetzt müssen wir hier raus jetzt nicht in den jahren verrückt nicht nach unten schauen was machst du witzig so da drüber Boah Junge, das ist nicht so schlau hier oben, zu sein. Hä, geh doch da rein. Genau, und jetzt kommt das, wo ich ja gefehlt habe. So, die bleiben jetzt hier oben und wir müssen halt da unten jetzt Rambo machen. Ja. Wow, Alter! Wow! Direkt gesehen, das war früher nicht so. Das Problem ist, die sind überall diese scheiß Viecher, genau. Es geht wieder los, ich seh's schon. Genau das, ich versteh jetzt nicht, wieso nehme ich gleich. Genau, ich bin ja so gespawnt hier und dann hab ich die Dingens da eingesammelt und dann ist der da immer gestanden. Dann ist da hinten rumgetorkelt und ja, das war dann. Ich weiß, das ist ja, wieso der gleich um die Ecke geschossen kam. Weil davor hab ich echt ein Spielchen mit denen gespielt, ich hab die hier quer durch die Hütte gelockt. Ich könnte das eigentlich hierher, wer kann ich denn eigentlich so abwürgen, der Typ? Keine Ahnung. Ob dann alle herkommen? Nein. Mann, geh weg! Ah! Nein! Ah! Fuck it! Ja, ich muss, ich, nein, das geht nicht. Das geht nicht. Mann, ey, ich kann nicht steuern einfach nicht. Ich hab da echt, ne. Ich bin überfordert mit Controllersteuerung bei sowas. Ich kann eigentlich sowas nur auf dem PC. Das ist einfach so. Sieht der mich ja nicht überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Der sieht nicht so augenfreundlich aus. Ja, toll! Habt ihr mich gesehen? Ja, und da muss ich jetzt genau dann nachladen, wo der Typ dann kommt. So, ich muss ja die ausschalten. Ich muss die ausschalten. Weil sonst können wir nicht weiter. Sonst kommen die anderen nicht runter. Fuck it! Na komm, na komm, na komm, na komm, nicht trödeln, weiter geht's. So, einer ist weg. Weißt du, wie ich der Rush war? Na toll! Du, alter Sackerli, verreckt doch Junge! Das ist nichts! Kommt jetzt her! Ja, alter. Ja. Gar nichts schlechter! Doch! Dann schwinden wir von her! Ich hab ne neue Waffe aufgesammelt. Aber hab keinen Schuss von der gekriegt. Und hab's ja auch nicht ausgewählt. Ich hab ne neue Waffe, aber naja. Ach man! Das Game! Kann ich mich hier? Nee, noch nicht. So. Wie ging's jetzt überhaupt weiter? Ich hab da keine Ahnung. Ich weiß jetzt nur, dass man das hier wegschieben muss, aber dann... Naja. Ja, lass doch Zeit. So. Jetzt kommt man da durch. Alter. Ja. Ja. Genau. Was hängt denn da alles für ein Zeug herum? Ganze Gebäude zerstört. Ist er da runter? Ich glaub nicht, ne? Ja, da sind wir gekommen. Ähm. Da glaub ich, ne? Ja. Ich denke, wenn wir zurück sind, lassen wir es erstmal rüber. Genau. Hoffentlich. Und du ignorierst mich dann? Ja. Ich glaub, das Rest kann ich sehen. So. Alter. Wir müssen hier durch irgendwelche Kanten steigen. was in Sekunden einfach mal einstürzen könnte. Hier lang. Okay. Hier drüben. Stimmt. Jetzt sind wir hier gleich. Dann können wir das noch ein bisschen weiter spielen. Am Ärmel. Am Ärmel. Firefly. Ja. Die sind vom Pech verfolgt. Der schreit wie draußen. Dann hoffen wir, dass noch jemand neben dem ist. Kommt jetzt nicht das Tutorial eine mit dem Molotow? Na ja, egal. Man weiß ja eh, was das ist. Das Molotow einfach, der man hier werfen kann. Und wo man dann andere Zombies hier noch entzünden kann. Ja. Das war's ja nicht. So. Und da vorne hab ich dann beendet. Und ja. Hat er nicht so erfreut. Ich denke, was ist los. 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 Okay, Joe, du gehst los. Ich pass los. Andy. Egal was passiert, du bleibst bei. Pass gut aus. Ja. Ach, ich schau. So. Klicker lautlos. Klicker kann ich auch noch hören, wenn du dich duckst. L leicht antippen und dich leiser zu bewegen. Wenn, wenn man dich hört, halt an und warte, bis du dich sicher bewegen kannst. Ja. So ein Messer. So, ich muss aufpassen. So. Das werde ich jetzt auch versuchen hier zu meistern. Das habe ich noch nicht gemeistert hier. Ja. Ich weiß auch gar nicht wohin. Lautlos werden wir sowieso nicht hinkriegen. so. nochmal reinfallen. ...stabst haben, dann...ja... ...ist man weg. Ähm. Wow! Alter! Na toll. Ja, und das war's dann. Toll Woher die auf einmal alle gekommen sind Das war wieder mal total strange So und jetzt kann man das tausendmal looten Hä? Wir haben wieder zu wenig Schuss Warum? Nein Das ist so scheiße Ich probiere das auch gar nicht leise Weil ich weiß dass das nicht geht Wir sind zu dritt Ich muss auf drei Leute achten Das geht nicht Haben die uns gesehen? Jetzt haben sie uns gesehen Ja Ja Ich probiere mal eine andere Methode Es geht nicht anders Man muss eine andere Methode wählen Es geht nicht anders Mal kommen Ich habe ja Molotows Ja Habe ich jemals überhaupt die Chance Alle anzuzünden Beziehungsweise überhaupt zwei Was macht denn der? Mein Licht sehen die ja nicht Schnell elementos Ja Ich hab noch nicht Hygge Schnell IchSDH Wir kommen hier Aub Wir werden es aus Wir werden某 Was leuchtet da so? Wohin müssen wir überhaupt? Das ist eine andere Frage, die ich mir gerade stelle. Wohin? Oh, oh. Mein Alter, Leute, er ist jetzt ein Weg. Gut. so nach und nach können wir die weg ich habe auch kein messer mehr warte mal mann jeder weg so ich glaube da hinten sind noch zwei oder ein oder zwei und da vorne ist halt noch der einnahmen gerade am naschen und da ist nein jetzt muss ich in die schärfe kommen das waren nicht alle nein 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 weg da Leute weg da ja stirb doch geht doch ja wir haben ja oben noch die andere waffe das können wir auch mal aufladen so was haben wir da drinnen so eine flasche ein brett und ein brief nachricht an der weg der weg von der buchhandlung lässt uns einen safe benutzen leg mein zeug rein wenn heute abend geschlossen wird 3 43 78 ok ein safe also ich frage jetzt nur wo ist der safe und brauchen wir den so waren das jetzt eigentlich echt alle nein ok heilige scheiße ähm der ist ja noch mehr alter Leute ich krieg die doch nicht alle immer weg ich krieg die doch nicht alle immer weg ist ja die buchhandlung ich glaub schon aha da ist ein safe ja so jetzt aber erstmal ausschalten so oh der war gleich offen ok alter 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 das sollte ich mir auch mal wieder craften paar Messer beziehungsweise nur eins aber immerhin so ok was haben wir hier nischt ähm da sind wir full wieso tut denn der überhaupt nichts wieso macht der überhaupt gar nichts hä greif rein oh yeah hö höh ich hab dreieck dreimal insgesamt er hat viermal gedrückt er hat nichts gemacht ja k spät nicht so Pech gehabt alter immerhin hat er jetzt hier gesehen ja jetzt natürlich aber mittlerweile so kommen wir da hoch ja ok jetzt nichts mal weiter alter zur u-bahn gecrasht und der regen hat nachgelassen etwas alter wo hin müssen wir test zum rathaus geht es da lang ja dann gehen wir da mal lang was soll schon passieren da gehe ich lieber nicht rein was finden alter drin konntest du einfach zu schnauze steigen und dann da drüber ganz ehrlich wir müssen natürlich da durch ich weiß das ja schon natürlich müssen wir das durch das war ja so einladen und wie viel zombies haben die überhaupt getötet wie viel sind wir von da gekommen wenn wir da runter gehen dann sind wir selbst tot naja ich bin die folge und nochmal sorry für heute es ging einfach gar nichts ja es ging einfach nix und dann werden halt beim nächsten mal hier weiter spielen da bin ich mal sehr sehr gespannt wie es weiter gehen wird das war's für heute wir sehen uns morgen wieder Burada sa alrededor das war's für heute wir sehen uns schneller hipster hier in wir Untertitelung des ZDF für funk, 2017